Gut, da. Nein, da komm ich gar nicht runter. Oh mein Gott. Nein, das mach ich jetzt nicht ernsthaft, oder? Doch, ich mach es. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Sky Family. Ja, gucken wir mal, was... Also beim letzten Mal ist ja Pox Haus abgebrannt. Sorry, Pox, ich hab versucht, das wirklich zu retten. Und unsere Setzlinge sind nicht so wirklich gespawnt. Und jetzt, ähm... Okay, an seinem Haus war er noch nicht. Der fällt ja immer noch runter. Na gut, hat sich nichts getan, seitdem ich hier drauf war. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier noch genügend Setzlinge bekommen. Um... weiter in unserem Haus bauen zu können. Hm. Also ich brauch mindestens, hab ich gesagt... Acht Setzlinge. Und ich hoffe mal, dass hier jetzt gleich noch Setzlinge runterkommen. Das ist irgendwie der falsche Setzling. Aber nun gut, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch irgendwo was, wo was Hest hängen könnte? Nee. Oh, er ist endlich runtergefallen. Oh. Selbst der Kaktus ist abgefallen. Ja, weil der Pox da was gebaut hat. Mhm. So, es sind hier noch irgendwo Setzlinge. So, ich werde jetzt übrigens was machen. Es könnte dauern. Aber egal. Ich will diesen Obsidian Block weghaben. Koste es, was es wolle. Gleichzeitig habe ich da alles im Blick. Alles im Blick. Es wird immer größer. Es wird immer größer. Ich weiß, es ist total spannend. Er baut einen Obsidian Block. Mit einer Steinspitzhacke ab. Er hat wirklich nichts Besseres zu tun. Doch, habe ich eigentlich schon. Aber egal. Es kann sich nur um Stunden handeln. Da komm, ich kann jetzt jetzt länger runter. Ich krieg's nicht. Ja. Doch, da. Da, 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 da. Nein. Ja. Neun Setzlinge. Ui. Einer schon mal mehr als erwartet. Gut. Jetzt muss ich jetzt mal massig Bäume pflanzen. In der Hoffnung. Eben. Acht. Neun. So. Dass da. Schnell. Alles. Nachwächst. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Oh, der ist schön geworden, der ist schön geworden. Der ist richtig schön. Jo, gut. Die baue ich dann irgendwann anders ab. Erstmal nur wichtig, dass sie da weg sind. Gut, jetzt muss ich nur noch den einen. Hilfe. Ich habe da gerade irgendwas gehört. Das hat mir gerade so ein bisschen Angst gemacht. Eine Axt habe ich noch, dass ich mir da eine Leiter bauen kann. Jetzt brauche ich Holz. Aus dem Holz muss ich das machen und dann daraus. Okay, wie war denn das? Genau, Leitern. Okay, das ist super, das ist wunderbar. Ähm, dann kann das da rein und das da rein. Der Apfel kann da rein. Jetzt müssen wir nur noch den Bedrock abbauen können. Guckt euch das an, diese blöden Kühe. Ich gehe jetzt erstmal schlafen und dann, äh, schauen wir weiter. Naja. Wie gesagt, lieber Pox, es tut mir leid, ich habe mit deinem Hausfucki nichts zu tun. Ich habe es sogar noch versucht zu retten. Wer auch immer das war, der wird dafür bluten und wir werden es ja in einem der anderen Episoden sehen, wer das war. Ansonsten war es vielleicht höchstens noch eine Kreatur, so ein Skeletor oder so, das abgefackelt ist und das hat dann das Holz in den Brand gestellt. Keine Ahnung. Ganz im Ernst, ich kann es jetzt ganz ehrlich nicht sagen, was da genau passiert ist. So, das Baumhäuschen könnte so eigentlich ganz schön werden. Ja. Das funktioniert super. Ich muss mich nur bis nach da oben bauen. Okay. Äh, das war jetzt doof von mir, oder? Ich will aber nicht da runter. Mache ich denn das jetzt am besten? Ah, wartet, ich habe eine Idee. Das würde jetzt wehtun. Das wird definitiv wehtun. Sag ich doch. Okay, dann muss ich dann nur noch die Leaves abmachen. Das mache ich dann später. Muss dann neue setzen. So. Genau. Und hier dann hoch. So. Was, wenn man hier drauf ist, dann dauert es länger? Oh Mann. Egal. Solange alles in meinem Gesicht landet, ist das kein Problem. Okay. So. Muss man ja auch machen, ne? Sieht dann zwar vielleicht ein bisschen komisch aus, aber... Egal. Egal. Ähm... Das wollte ich dann neuer Leiter platzieren. Leiter platzieren. Hoch. Leiter platzieren. Oh ne, ne? Hier muss ich auch noch. Na, komm. Das haben wir auch. Gut. Kann ich das jetzt abbauen? Ah, war klar. Ah, jetzt verschwindet die Leaves automatisch, oder was? Wie hoch ist denn der Baum? Ähm. Ähm. Okay. Gut, das ist alles noch einfach zu handeln. Okay, das da wird ein bisschen schwerer, aber gut. Oh, wunderbar. Ich bin gleich oben. Oh, ich habe sogar ein Setzling bekommen. Cool. Gut, das gefällt mir schon mal. Kann ich jetzt damit Ja, wie will ich denn das am besten machen? Ähm Hm Ich brauche erstmal noch einen Ich will sogar ein größeres bauen, also mindestens Ähm Ja Drei Stück brauche ich nochmal, also insgesamt 12 Setzlinge Aber gut, hier komme ich super durch, passt Das muss ich dann nur noch hier die Leafs dran packen Oh Komm ich da bis nach da oben Das wäre natürlich richtig episch geil Wenn ich da jetzt so hoch käme So So Nein Verdammt, ne Ich schaffe es nicht bis oben Also ich brauche definitiv Leafs Oh, schock, ich dachte, das war gerade ein Creeper da Oh, da ist ein Ei Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich da die Hühner durchsehen Ähm Der ist natürlich noch geiler geworden, der Baum Aber Moko, Moko, Moko Gut Zwei habe ich schon mal wieder Ähm Ich brauche eh noch welche Das heißt, das kann ich schon mal abbauen Und den auch Wah Jetzt erwarte ich aber mindestens, mindestens Zwei Stück Cool, der ist auch cool geworden Muss ich ja sagen Den kann ich auch noch so weit abbauen wie möglich Mal gucken, ob ich es schaffe Oder muss ich nochmal Nein, ich muss sogar extra noch eine Etage höher Und Tada Danke Danke, danke, meine Fans Äh Ja Ich sagte hier mindestens Naja, gut So Äh Kaktusgrün brauchen wir jetzt erstmal nicht Die Kakteen kommen erstmal weg Das Oh, da ist schon ein Setzling Ein Setzling haben wir Zwei Setzlinge haben wir schon mal Wunderbar Zwei Setzlinge Super, 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 super geil Das haben wir, das haben wir Leitern haben wir Tropenholz kann ich nochmal 64 wegpacken Das ist auch gut Ähm Davon haben wir auch noch so viele Komm, ey, 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 Leute Ein Setzling muss sich aber noch drin sein, oder? Nehmt mich doch jetzt nicht auf den Arm Also mindestens ein Setzling muss man aus einem Baum rausbekommen Das sollte schon mal so eine Mindestregel sein, ja Das ist mal mindestens einmal so, ne? Na gut Ähm, ähm Zeit, gut Mukus 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 Schere, 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 Schere Schere hat er, glaube ich, hier drin gemacht Ja Kann ich hier ganz kurz mal ein paar Leaves abmachen So Immer noch keine Setzlinge Ranken sich die Setzlinge auch nach oben oder nur nach unten? Ich glaube, die müssen sich auch nach oben ranken, oder? Juhu, da ist noch einer Na? Das kann ich eh gebrauchen Passt sich Zum Verschönern Wunderbar Na, komm Gut Habe ich jetzt ernsthaft nur drei Setzlinge bekommen? Ach, verdammte Axt Na, egal Einen kann ich setzen Okay Zeit erlaubt es noch Schnell zum Mob fahren, wollte ich gerade sagen Schnell zu meinem Baumhaus Und da versuchen, was zu handeln Ich glaube, so weit hoch komme ich gar nicht Ist er jetzt ernsthaft so hoch? Ich glaube, hier gegenüber kann ich das gar nicht setzen Nee, geht nicht Ähm Machen wir mal so Gut Da kann ich es schon mal ransetzen Genau Und da könnte ich dann Weil das sicher so gehört Hier das wieder hinsetzen Okay Aber jetzt muss ich das Ganze auch noch für die andere Seite machen Haha Wie mache ich denn das am besten? Und äh, es wird schon wieder dunkel Gut Das dunkel werden ist jetzt so halb so schlimm Boah, nee, ne? Okay, hier könnte ich glaube ich noch runter Ja Ha, es hat funktioniert Es funktioniert Äh, nee, das ist doof Das ist besser Gut, da Nein, da komme ich gar nicht runter Oh mein Gott Nee, das mache ich jetzt nicht ernsthaft Doch, ich mache es Uah Oh, ich habe voll Leute, ich bin gerade ganz ehrlich Ich habe gerade voll den Schiss Toll, super Wie meint das jetzt hier am besten? Ach, Mann Ähm Mist, ich muss vom Server Ähm Okay Hier mache ich mal so außenrum Vielleicht habe ich ja hier Chancen, irgendwas zu handeln Äh Nee, du musst weg Hilfe, ich will hier runter Komme ich hier hoch? Oh, nee, ne? Da passiert dazwischen Ey, Leute, ich muss eigentlich vom Server Wow Wow Okay, vorsichtig runter Oh, geil Geschafft Geschafft So Jetzt schnell die Sachen wegbringen Oh mein Gott Ich bin schon drüber Ich Ja, ich muss auf Geht nicht Okay Ich bin euer Tromi Hat Spaß gemacht Und verdammt Ui, da habe ich noch ganz schön viel zu tun Tschö, tschö Ich bin ich ein bisschen